Herzlich Willkommen in Hanau. Wir sind endlich soweit. Am 2. Januar ist die neue Eröffnung. Ich mache jetzt ein paar Videos, damit Sie überhaupt vorstellen, was wir da aufgemacht haben. Hier, Sie sehen einen großen Raum. Raum ist ungefähr 70 Quadratmeter. Boden ist komplett mit Salz verdeckt. Und wir haben zwei Bereiche. Das ist Babybereich, wo die können mit Mami spielen. Und das ist ein Bereich für Kinder, die schon mit Sand bzw. mit Salz spielen können und Spaß dabei haben. Aber das ist noch nicht alles. Das heißt, in der Wand, Sie sehen ein Rohr, das ist unser Generator. Und da wird Salz ordentlich reingepusht. Und die Kinder spielen quasi in spielerischer Art, werden sie behandelt. Sie werden inhalieren, sie werden dabei Spaß haben. Sie werden natürlich viel husten. Also herzlich Willkommen. Wir freuen uns schon auf unsere Kiddies bis am 2. Januar. Wir sehen uns dann wieder in unser Kiddies. Wir sehen uns auch nicht, wie wir es noch viele Unterricht geben geben können.